Ihr Lieben, wir sprechen heute über den Ego-Tod, eines der spannendsten Themengebiete der psychologischen Entwicklung und der Hypnose und der Trance-Arbeit überhaupt. Ich persönlich habe den Ego-Tod schon so sechs bis sieben Mal erleben dürfen und ich habe ihn bei sehr vielen Patienten gesehen. Und daher weiß ich, es gibt einen roten Faden hinter dem Ego-Tod, hinter diesem Mechanismus, der sich manchmal in der Trance oder auch unter der Einnahme von Pflanzmedizin abzeichnet. Stirb und werde, hat Goethe, glaube ich, mal gesagt. Und mit diesem Spruch geht es um das Vergehen und um die Neuentstehung. Und genau darum geht es auch bei dem Ego-Tod, den manche Leute während einer Hypnose oder während einem spirituellen Prozess oder während einer Pflanzenmedizin-Zeremonie erfahren. Was macht so einen Ego-Toten aus? Nun ja, dass man dabei innerlich fiktiv einmal stirbt. Jetzt wirst du sagen, ja, aber das ist ja kein richtiges Sterben, weil man stellt sich das ja nur vor. Und das ist schon ein sehr wichtiger und spannender Punkt. Und zwar ist es so, dass Menschen, die in der Hypnose einen Ego-Tod erleben, wirklich die Angst vor dem Loslassen, die wir haben, die Angst vor dem Sterben, die jedem Menschen inne wohnt, sozusagen überwinden müssen und sich aufs Sterben voll und ganz einlassen müssen, um den Ego-Tod auch tatsächlich erleben zu können. Das heißt, erst dann, wenn ich mental in der Lage bin zu sagen, gut, wenn es jetzt so ist, wenn jetzt mein letztes Stündlein geschlagen hat, dann sei dem so, dann sterbe ich jetzt halt. Erst wenn du das psychologisch hinbekommen hast, dann wirst du einen vollen Ego-Tod in einer Hypnose oder auch in einer Zeremonie erleben können. Und wenn du mit einem Fitzelchen deines menschlichen, biologischen Bewusstseins festhältst und sagst, ja, ich tue mal jetzt nur so, als ob ich sterben würde, ich weiß, aber eigentlich bin ich ganz sicher, dann erlebst du keinen richtigen Ego-Tod, sondern erst dann, wenn du dich einmal final mit der Angst zu sterben konfrontierst, dann kannst du den Ego-Tod und all das, was danach kommt, erleben und spüren und mit eigenem Bewusstsein erfahren. Jetzt könnte man sich erst mal die Frage stellen, ja, wieso sterben denn manche Menschen überhaupt so den Ego-Tod und was ist das Gute daran? Wenn man sich mal die Foren anschaut, wo es um Pflanzmedizin geht, vor allem um Ayahuasca oder auch Psilocybin, dann merkt man, dass häufig der Ego-Tod regelrecht heroisiert wird und ganz viele Menschen darauf aus sind, einen Ego-Tod zu erleben. Das hat einen gewissen Grund, nämlich ist es so, dass viele Menschen nach der Erfahrung eines Ego-Todes wirklich tiefgreifende Veränderungen in ihrem Leben feststellen. Dass sie merken, dass sie leichter sind, dass sie freier sind, dass sie das Leben wieder in vollen Zügen genießen können, was vorher nicht der Fall gewesen ist. Das heißt, man hat gewissermaßen empirisch feststellen können, dass Menschen, die den Ego-Tod einmal komplett durchleben, im Trance-Zustand oder auch in einer Zeremonie, dass sie danach häufig sich wie befreit fühlen, leicht sind, aufgelockert sind und zwar dadurch, dass sie einmal sich fiktiv innerlich erlaubt haben zu sterben. Und dazu muss man begreifen, dass natürlich die Angst zu sterben jedem Menschen innewohnt. Jeder Mensch handelt und denkt und agiert, um einen zu verhindern, nämlich um seinen Tod zu verhindern. Wir atmen, um zu leben, wir gehen Bindungen ein mit anderen Menschen, um zu überleben, wir essen, um zu überleben, wir haben vielleicht auch gewisse Gedanken in Bezug auf die Zukunft, um zu überleben. Das heißt, biologisch gesehen sind wir voll und ganz darauf ausgerichtet, zu überleben, denn wenn wir das nicht wären, dann würden wir einfach wegsterben. Das heißt, in jedem biologischen Wesen und damit auch in jedem Menschen wohnt der tiefe Wunsch zu existieren und halt eben nicht zu vergehen, sondern am Leben zu bleiben. Natürlich gibt es da gewisse Ausnahmen, zum Beispiel dann, wenn ein Mensch todsterbenskrank ist, durch die Schmerzen sehr stark leidet, dann kann es natürlich sein, dass die Angst zu sterben gewissermaßen überwunden wird dadurch, dass wir so große Schmerzen haben, dass wir lieber sterben, als die Schmerzen weiter zu ertragen. Aber bei dem in Anführungszeichen normalen gesunden Mensch ist dieser Überlebenswille bis zu einem gewissen Grad ausgeprägt und der hält uns natürlich auch am Leben. Jetzt muss man Folgendes wissen, und zwar, dass jede Angst, die wir haben, egal ob das die Angst ist, nicht gut genug zu sein, die Angst ist zu versagen, die Angst ist, von einer Spinne gebissen zu werden, die Angst, vor anderen Menschen zu reden, jede Angst, die wir spüren, mündet letztendlich in der Angst, zu sterben und damit auch nicht mehr zu sein. Woran erkennst du das? Du musst einfach die Angst zu Ende spinnen, also gedanklich zu Ende spinnen. Was ist, wenn du von einer giftigen Spinne gebissen wirst, dann könntest du rein theoretisch sterben. Was ist, wenn du nicht gut genug bist, du könntest von den Eltern abgelehnt werden, von der Gemeinschaft abgelehnt werden, du könntest damit verstoßen werden, archaisch gedacht, mit dem Verstoßenwerden stirbst du, also auch hier hast du Angst sozusagen zu sterben und jede Angst mündet in das Gefühl oder in die Angst zu sterben und jede noch so kleine Angst soll verhindern, dass du stirbst. Übrigens interessanterweise auch alle anderen Gefühle sind sehr stark mit der Angst zu sterben verknüpft, manchmal direkter, manchmal indirekter. Bei diesen einfachen, normalen Phobien sehen wir es ja sehr, sehr deutlich. Die Angst, von einem Hund gebissen zu werden, die Angst, von einer Spinne gebissen zu werden, mündet ganz logisch in die Angst, halt eben zu sterben und nicht mehr zu sein. Andere Gefühle sind aber auch Hinweisgeber darauf, dass letztendlich vermieden werden soll, dass wir sterben. Zum Beispiel, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, das kann dein Kind sein, das kann dein Ehepartner sein, das können die Eltern sein oder ein Freund, dann weinst du und hast starke emotionale Schmerzen, Zumindest dann, wenn du mit dieser Person positiv verbunden gewesen bist. Und die Trauer, die du dann spürst, ist auch ein Ausdruck dessen, dass sich dadurch deine Überlebenswahrscheinlichkeit reduziert hat. Das heißt, auch die Trauer ist ein Gefühl, das dir signalisiert, dass deine Überlebenswahrscheinlichkeit durch den Verlust eines anderen Menschen im Grunde gesunken ist. Genauso auch die Freude, also die Abwesenheit von Trauer und von Schmerz, die Freude oder auch die Verbindung, wenn wir mit Kumpeln zusammen sind, eine Gartenparty feiern oder ein tiefes, inniges Gespräch mit dem Gegenüber haben und uns leicht fühlen, uns frei fühlen, dann sind wir verbunden und spüren somit auch die Abwesenheit der Angst vor dem Alleinsein und von der Angst zu sterben. Das heißt, auch alle positiven Gefühle, die wir Menschen empfinden, gehen am Ende darauf zurück, dass wir nicht sterben wollen. So, das heißt, vom Prinzip her hast du begriffen, dass wir so programmiert sind, dass quasi jede Phase unseres Körpers darauf ausgerichtet ist, nichts zu sterben, nichts zu vergehen. Jetzt musst du dir überlegen, dass wir natürlich auch einige Ängste im Laufe unseres Lebens in uns aufnehmen können, die gewissermaßen pathologisch sind, die krankhaft sind. Sagen wir mal, deine Eltern oder Urgroßeltern sind im Zweiten Weltkrieg gewesen, haben starken Hunger erfahren und dieses Hungergefühl wurde transgenerational an dich weitergegeben. Dann kann es heute sein, dass du pathologisch viel isst, also eine Fresssucht hast oder die Angst hast, die unbewusste Angst hast, zu verhungern und deswegen jede Menge von Süßigkeiten und sonst irgendeinem Kram in dich reinschaufelst. Das kann dir aber unter Umständen gar nicht bewusst sein, weil du nur das Symptom siehst, weil du aber nicht die Verbindung in die vorherigen Generationen dabei siehst. Und per se ist es ja eine Angst, die früher ihre Berechtigung hatte, weitergegeben wurde, um dir heute zu helfen, aber heute keine Berechtigung mehr hat, also nicht mehr rational ist und auch nicht mehr hilfreich ist. Und diese, sag ich mal, irrationalen, diese neurotischen Ängste, die werden in dieser Angst zu sterben gelöst. Das heißt, wenn wir diesen Sprung schaffen in einer Hypnose, dass wir uns auf den eigenen Tod einlassen, dann erfahren wir diese unglaubliche Befreiung, die Liebe, die Ruhe, die Einheit, die nach dem Ego-Tod kommt und all das, was wir an pathologischen Krankhaften, Ängsten quasi im Gepäck haben, durch die Generation vor uns oder auch durch das, was wir in der Kindheit erlebt haben, schmilzt deinem Ego-Tod dahin und verschwindet. Und deswegen sind viele Leute auch so scharf auf dem Ego-Tod, weil sie bei Freunden, bei Bekannten gesehen haben, welche fulminanten Änderungen sich zeigen, wenn jemand so eine Ego-Tod-Erfahrung gemacht hat. Und deswegen ist der Ego-Tod auch psychologisch ein sehr wertvoller Vorgang. Etwas, worüber die normalen Schulmediziner oder Psychologen niemals sprechen würden, weil sie überhaupt gar nicht kapieren, dass mit dem Ego-Tod eine große emotionale Befreiung einhergeht. Und das Gute ist, dass gerade wenn du selbst schon mal einen Ego-Tod erfahren hast und da bei anderen Menschen Hypnosen durchführst, dass sie vielfach auch die Bereitschaft haben, in dieses Feld zu gehen und auch einen Ego-Tod erleben und dementsprechend auch spirituelle Erfahrungen machen, also Erfahrungen der Einheit machen, Erfahrungen der Liebe machen, Erfahrungen machen, dass es was Größeres gibt und gleichzeitig im normalen, realen Leben eklatante Veränderungen feststellen. Also merken, dass diese, sag ich mal, vielleicht Bindungsängste nicht mehr da sind, dass die Berührungsängste nicht mehr da sind, dass die Angst zu verhungern nicht mehr da ist, dass die Angst nicht mehr genügend Geld zu haben nicht mehr da ist. Und dementsprechend ist es natürlich unglaublich wertvoll, zum einen, wenn du selbst einen Ego-Tod erfährst, wobei man das nicht erzwingen kann, sondern das ist etwas, was im Regelfall aus den Menschen alleine heraus entsteht. Aber auch für dich als Hypnoseanwender ist es unglaublich wertvoll, mal einen Ego-Tod erfahren zu haben. Und es ist auch ein wichtiger Teil, den du beherrschen musst, ein Teilspektrum von dem, was du beherrschen musst, wenn du anderen Menschen mit Hypnose hilfst. Weil sonst kann es sein, dass du jemanden bei dir in der Praxis hast, der sagt, ich sterbe jetzt, ich bin im Grab, ich komme hier nicht mehr raus. Du bekommst es selbst mit der Panik zu tun, weil du gar nicht genau weißt, ob das, was gerade passiert, gut ist für deinen Patienten oder nicht. Und deswegen musst du halt sowas wie den Ego-Tod nicht nur kennen, sondern du musst auch sicher andere Menschen durch den Ego-Tod durchgeleiten können, damit sie halt eben durch den Tunnel hindurch gehen, auf der anderen Seite wieder rauskommen und die Befreiung erleben, die spirituell ist, aber auch menschlich, biologisch ist, die die Menschen halt beim Ego-Tod erfahren. Das musst du kennen und das musst du auch wissen als Hypnoseanwender, wenn du eine tiefgreifende Arbeit machst. Natürlich ist es so, dass Menschen, die oberflächlicher mit der Hypnose arbeiten und vielleicht nur leichte Phobien lösen können und selbst gar nicht diese Tiefe in sich haben, dass sie natürlich auch bei ihren Patienten nicht sehen, dass sie in den Ego-Tod hineingehen, weil die diesen Bereich für sich selbst ja noch gar nicht gemeistert haben. Und das ist der Punkt, der auch immer sehr wichtig ist, wo ich sage, ab einem gewissen Grad der Entwicklung von dir als Hypnotiseur, als Hypnoseanwender und als Heiler, geht es nicht mehr um die Technik, sondern du beherrschst die Technik, du weißt, wie man Hypnosen durchführt, du weißt, wie man Heilungen durchführt und es geht nur noch um das Feld, was du selber kreierst durch deine eigene Vertiefung, Selbsterfahrung und Selbstbefreiung. Wenn du selbst gerne mal so den Ego-Tod erleben möchtest oder zumindest wissen möchtest, wie man Menschen dabei hilft, die gerade den Ego-Tod erfahren, sicher durchzukommen, auf der anderen Seite wieder rauszukommen, dann brauchst du jemanden, der sowas selber schon mal erlebt hat und der auch weiß, wie man damit umgeht, wenn Menschen sowas in der Hypnose erleben. In diesem Fall melde dich gerne bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch, lernen wir uns kennen und dann schauen wir, ob wir und wie wir dir mit meiner Hypnose-Ausbildung weiterhelfen können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es gerne mit Freunden oder mit Menschen, die bereits einen Ego-Tod erfahren haben oder da irgendwo drin stecken geblieben sind, damit die auch ein Bewusstsein und Verständnis dafür entwickeln, was so ein Ego-Tod ist, welche Phasen es gibt in einem Ego-Tod und wie es letztendlich auch aussieht, wenn wir den Ego-Tod durchdrungen haben, uns leicht und frei fühlen und gemerkt haben, dass nach dem Tod eben nicht das Nichts kommt, sondern dass dann die Liebe, Einheit und Freiheit auf uns wartet.